Ich mache dir heute einen Vorschlag, für den ich mich schäme. Sehr schäme. Aber wir kennen uns jetzt seit Jahren und ich habe das Gefühl, dass wir uns vertrauen können. Arbeit oder Vergnügen? Na, ich will mal hoffen, beides. Fahr rüber, du Pfeifer. Was ist los mit dir, Mann? Guten Abend, eine Person? Endlich mal eine Frau, die zählen kann. Als Ordnungswidrigkeit wurde Falschparken angegeben. Das ist für mich als Beweis ausreichend. Papa. Papa. Was ist passiert? Wie heißt das Mädchen mit den langen Haaren? Welches? Deine Arbeitskollegin. Dein Vater hat sich wegen ihm umgebracht und dir fällt nichts anderes ein, als ihm die Meinung zu sagen? Die Parkplatzmarkierung am Baustein war total vermischt. Dämlicher Bauer. Arschloch! Ich glaub's nicht. Film das mal, Nestor! Welche Gewalttätigkeit! Also, ich beschreibe nur die Realität, oder? Wo ist da Gewalt, hä? Ich glaube das, was es passiert. Das ist ein Kind.